Sieh einer an! Bemalung Schnee! An dieser Position kann ich mich aber nicht an diese Bemalung erinnern. Ich kann mich aber erinnern mehr als eine Mausefalle gehabt zu haben ab diesem Zeitpunkt. Irgendwas passt doch hier nicht. Irgendwas ist scheiße. Oh, sieh einer an! Was haben wir denn hier gefunden? Ein Playboy! Hm. So wie es sich gehört. Das haben wir auf der anderen Seite. Nichts. Ja, man kann schon sehr sehr viel Zeit hier verbringen. Schalldämpfer im 19111. Einfach so. Kann ich mich nicht beschweren, ne? Ich habe Hunger. Also... Kalorien-Matte Disgusting Disgusting Eine russische Ration ist wohl nicht so schmackhaft Hm, schade Was haben wir hier so? Nichts Hab ich jetzt wirklich nur eine Mausefalle? Hier abgegriffen, das kann nicht sein Ja, ok Speichern wir mal kurz Das werden wir irgendwann mal Beziehungsweise wir sie irgendwann mal brauchen Um euch zu zeigen, was passiert Wenn Etwas Passiert Hey Snake, You ever heard of Godzilla, King of Monsters? No, what is it? Godzilla 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 Stimmt, ich wollte euch zeigen, was passiert, wenn man Nahrung und und nicht mehr drauf, Waffenkammer vernichtet, er ist aufgewacht, sehr gut, er weiß nicht mehr hoffentlich was vor sich ging, ja, beobachten wir ihn. Und dann geht's, wir sehen uns, 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 Oh, 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 oh. Ja kommt nichts, he? Alter, gibt's das? Na gut, dann zeig ich euch halt, was passiert, wenn man die Waffenkammer auseinander nimmt. Hm, kann keine Hilfe holen. So, was wir? Du hast nur die Waffen, was wir nicht? Ja, was wir? Ja, was wir? In der Untertitelung des ZDF, Unexperte? Oh, das ist wirklich ein Waffenklapp. Oh, das ist wirklich ein Waffenklapp. Oh, das ist ja so. Oh, das ist das, was wir. Oh, das ist ja so. 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 Die sind echt treffig hier. Ja was los? Ich hab deine Waffenkammer erledigt. Was ist der Heavy guy oder was? Ich sehe ihn. Ja klar, der trifft mich halt immer. Irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich möchte. Muss ich euch die Map verlassen, oder? Ich check's grad nicht. Ich komme wieder. Warum hat das nicht funktioniert? Typischer Vorführeffekt, oder was? Oder haben sie sich in diesem scheiß Remake irgendwie verändert? Auf jeden Fall haben sie irgendwann mal keine Munition mehr für ihre Waffe und können nur noch mit ihrem Messer kämpfen. Aber irgendwie wollte der nicht. Der Typ war immer. Ja. Ist mir unbegreiflich. Ja da ist der Typ. Die Hunde werden von den Soldiers hier überhaupt nicht wahrgenommen. Guck. Ich bemerke gar nicht, dass hier mal ein Hund war. Ich frag sie auch nicht, wo der jetzt abgeblieben ist. Das ist ein Hund. Ja. Aman. Ich mach mich nicht. Ich mach mich einfach nicht. Ich mach mich viel Spaß haben, oder? Ich mach uns das einziehen. What's wrong? I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Habe ich das schon zerstört? Scheint so Und den Doggy da habe ich auch wohl Scheisse Kann man in so eine offensichtliche Falle tappen? Ja den Kerothan haben wir vergessen hier da hinten Jetzt Wo? 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 Ich freue mich vielleicht eine bessere Tone, oder? Ich freue mich, dass ich eine Mause fahre, Alter, das kann nicht sein. Im Normalfall müsste ich jetzt schon mindestens drei Mause fallen haben. Ich weiß nicht, wo ich die jetzt verpasst habe. Nee, echt, keine Ahnung. Was habe ich jetzt gebraucht? Die eine Mause fallen habe ich eingepackt. Dann muss ich mal meine Schimmelsachen loswerden. Hallo? Das ist er? Ja, du Pfeife. Wo ist der andere Typ? Einer muss hier noch hoflamieren. Was ist der Typ? Was ist der Dupe hier? Hä? Da ist doch kaputt. So Leute, ihr seht mich nicht mehr. Außer wenn ich wieder hier vorbei muss. Das alles für eine verdammte Mausefalle. Ich will nicht wissen, wie oft ich jetzt hin und her rein muss. Mann, Mann, Mann. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Ich denke, als Mishinoko holen wir dann den nächsten Stream bzw. Part. Wie auch immer die Parts heute zusammenkommen. Im nächsten Stream auf jeden Fall. Habe ich das zerstört oder nicht? Sieht zerstört aus. Da kommt kein Funken mehr raus. Jetzt probieren wir es einmal oder zweimal. Je nachdem, wie viel Lust ich habe. Und dann hoffen wir. Hier. Hier. auch hier rechts drin. Oh, really. Oh, habt ihr das gehört? Was könnte das gewesen sein? Schlange B. Und nein, Schlange D ist nicht Tsushinoko. Tsushinoko hat ihre eigene Bezeichnung. Schnauze! Schlange B. Schlange B. Näher ans Wasser vielleicht. Hm. Das ist halt so ein Scheiß, wenn man nur eine Mausefalle hat. Das könnte jetzt nur 100 Mal so weiter gehen. Aber, wir holen zu Shinoko. Jetzt muss ich gleich eine Schlange loswerden. Milchkorallenschlange ist das. Jesus. Let's do mal. Na endlich. Wir haben zu Shinoko. Jetzt fressen. Mal sehen, was unsere Kollegen dazu sagen. Ja. Ja. Du bist wirklich der Boss-Schüler, wenn ich eine scheiß Schlange gefangen habe. Ach ja... Geht das noch einen Sacken schneller, junger Vater. Oh, Munition. Da ist er. Das ist aber noch hier. Wie ihr seht ist dort eine Falle platziert. Die können wir auch so auslösen. Wenn ich deswegen jetzt noch berühre, fliegt meiner weg und hat Schnittwunden. So, also. Wir können endlich weiter zu Ocelot. Let's Commander Ocelot for you. Oh, hier sind Minen. Nicht zu vergessen. Da ist noch eine Falle. Da gehe ich diesmal nicht drüber. So. 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 Schon wieder Wüsten-Tiger, gleich ist das wieder die größte Verarsche überhaupt. Guck dir das an, nur 20. Rinde. Guck dir das. Hundi. Wieso das? Nee. Duwt. 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 Jetzt fängt die Blaze an wieder durchzudrehen. Ich hoffe, das hört man nicht so. Was ist passiert? Geht um. Wo ist der Typ da oben? Ich habe etwas gesehen. Ich habe nur noch fünf. Oh, das habe ich gebraucht. Nein, den Kerotan hier habe ich nicht gebraucht.